Absolute Funkstille für alle. Sofort alle Gespräche einstellen. Danke für die gute Ziege. Alle Anfang ist nah, am Anfang war's warm. Damals war ich noch der Nachbar von Mama Star und Zahnlos, aber auch komplett frei von Amalgam. Hammer war's. Ich glaub, was zu schön wird's kein anderes Mal. Dann geht's plötzlich Action, ein Schubsen, ein Pressen, plötzlich Luftnot und Quetschen und Schwupps aus dem Kessel rein in die kalte Welt. Ich find das geile Licht auf jeden Fall zu hell, will zurück in mein altes Hotel. Keiner hier hat diese Scheiße bestellt, doch ich werde geparkt, fühle mich nackt, verbindung gekappt, für immer verkackt. Die Katze ist aus dem Sack und macht das, was man bei sowas halt macht. Sie macht Krach. Ich heule, mach richtiges Drama und meine Augen haben schon ein bisschen vom Vater. Es sind es nur Laute, Fremde, Vertraute, draußen zu Hause, das Pregeln von Brause. Ich liege und lausche dem Piepen und Rauschen, kriechen und laufen, dem Sausen der Fliegen. Sprache der Nachbarn, ich wirke komatös, doch die Goren sind wachsam. Ich wachse, trink mich, bis ich fast platze, hab Angst vor der Nacht dieser Kackbratze. Denn dann kommen Geister, wollen mich entführen, sie sind leise und kommen aus dem Holz in der Tür. Tragen mich aus, ich krieg keine Luft, kein Schrei, hab die Stimme verschluckt. Ich kämpfe, hab keine Chance, sie sind stärker, ernähren sich von mir, sperr mich ein in nem Kerker. Ein Ruck und ich liege zuckend im Bett, denn meine Angstschreie haben meine Mutter geweckt. Ich sitz im Gebüsch, bin entfüßt, klitschnass, sie haben mich nicht gekriegt, meine Lunge sticht, ich bin komplett außer Atem. Will nur noch nach Hause, Mann, ich brauch nur ne Nase, doch ich kann grad nicht raus auf die Straße, denn ansonsten lande ich im Bau für ein paar Jahre. Meine Füße werden taub und ich warte, bis die Bullen wechselt und ich außer Gefahr bin. Meine Maske kratzt und es regnet, Tränen in den Augen, verdammt, Mann, ich seh nix. Das ganze LSD führt im Schädel Gespräche, suche mein Gewissen, finde gehende Leere. Ich kram mich ins Laub, man darf mich nicht sehen, ich kann's kaum erwarten, nach Herbares zu zählen. Drei Tage später geht die Kohle mir aus, ich hätt mir davon nix als Drogen gekauft. Ich hab mir das nicht ausgesucht, diesen Flug nicht gebucht, also gut, was kann ich tun, kann ich schon dieses Einversuch. Die Flut hat mich hierher getragen und bald wird Ebbe sein, vielleicht kann ich was hinterlassen, das für länger bleibt. Vielen Dank.